Hallo und herzlich willkommen bei den Xbox Freaks, ich bin OskarLiterV2 und ich bin mal durch meinen alten Channel von damals durchgegangen sozusagen und bin hier auf dieses Video gestoßen. Es geht um ein Spiel, Waymo 6 Vegas, ich weiß nicht ob ihr es kennt, ist schon ein relativ alter Spiel, auch schon mehrere Jahre und da haben wir probiert eine C4 Superbombe zu bauen, das heißt wir haben uns da zusammengeschlossen mit dem OskarClan und ich will nicht zu viel laden, schaut einfach rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.